Ja und herzlich willkommen zurück zu Carry On Ähm, ja jetzt sind wir wieder hier In diesem Relief Zeugs Und was wir nur zu 50% abgeschlossen haben Von daher ist es vielleicht viel versprechender hier was zu finden Was uns irgendwie weiter bringt Zum Beispiel So einen Typen Der vielleicht irgendwas machen kann Oh Okay Eine Leviathanriff Basisbrücke Okay, so geht's auch Dann sind wir ja schon mal weiter Als vorhin zumindest gerade Okay, dann müssen wir uns verkleinern Um weiter zu kommen Sieht doch Eigentlich ganz gut aus Oh no Ernsthaft? Ich wollte schon sagen Habe ich ihn jetzt getötet Ah, jetzt kommt was hier Nice Okay, wenigstens geht's jetzt wieder weiter Das ist jetzt schon mal was Ähm Okay, das wäre jetzt eine grosse Frage gewesen Wie ich das gemacht hätte Wenn die zu weit weg wäre Und jetzt fühlt sich das Ganze wieder mit dem Wasser Und dann kann ich da wieder durch Um dann nach oben zu gehen Um neue DNS aufzusammeln I can't do sie Bilde hunderte tödliche Keratinstacheln Nutze Benötigt Energie Okay Okay, das ist nice Jetzt finde ich das Spiel wieder gut Weil es weitergeht Aber das hat lange gedauert Das Ganze zu finden Okay, nochmal kurz Habe ich gespeichert Gespeichert Boat! Die Schlacher sind geil Bin ich nice Okay, da sind wir wieder Okay, da sind wir wieder Status durchbrochen 66% Ich verstehe immer noch nicht, was das bedeutet Grenzgebiet Hochland Okay, da ist gar nichts Wir könnten uns wieder verkleinen Müssen wir wahrscheinlich auch gleich machen Schätze ich mal Okay, da geht's nicht lang Okay 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 Grenzgebiet zum Pflanz Kannst du mir ja nicht sagen, dass alle Wege zu sind Ist das hier ein Hebel? Kein Kraftwerk Das ergibt doch gar keinen Sinn Dass alles zu ist Dann geht es hier vorher doch nicht weiter Schade Echt? Schade Gehen wir halt wieder zurück Okej von da kamen wir hier Oh look, es ist nötig So ist das Was ist das? Was ist das? Was ist das? Danke für nichts, es ist eine unnötige Abkürzung Oh ne, jetzt bringt er hier Shit Wie komme ich jetzt wieder dahin, wo ich gerade war? Nämlich da nach drüben Hehehehe Was ist das? Was ist das? Was ist das? Halt Nerv halt nicht Nerv halt nicht Gibt es da auch nirgendwo lang? So hier glaube ich In die Tür Ja Okay Ich finde es jetzt so weird Dass hier wirklich gar nichts ist Was uns irgendwie weiterbringt Was ist das? So literally gar nichts Ich bin ja ... Ja Ich bin 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 ja Nein, Grenzgebiet Zumpfland. Es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass wir hier weitergekommen sind. Vor allem, wie soll man das hier öffnen und zu diesem Schalter gelangen? Nur mal so eine Frage nebenbei. Gar nicht. Das ist die Antwort. Oder waren wir da schon drinnen? Ich weiß nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Das muss man irgendwie von rechts oder links verschieben. Und hier gibt es auch gar nichts. Das war auch sehr weird, dass hier das hier oben ist. Wie soll man das bitte öffnen? Oder? Ich bin glaube ich einfach doof und verwirrt. Und hier gibt es auch gar nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, wait. Hands tough. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.